Die Stimmung ist angespannt. Abortive Gasp produzieren weiter Musik, versäumen es jedoch, sich politisch klar für den Fortbestand der DDR und damit gegen die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zu positionieren. Das entzieht ihnen bald jeden Rest an Unterstützung aus der Szene. Und im Dezember folgt im alternativen Hamburger Club Kier ihr letzter Auftritt als Support Act der slowenischen schwulen Kunstrocker Borgesia. Ende aus vorbei. Abbruch gelungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017